so herzlich willkommen zu einem neuen video wir spielen frei für alle mit dem lj und dem eisman auf der karte underground schön wie ich das vermisste habe fmg 9 alter der akimbo f o ist f o wie überhaupt keine ahnung gab es das hier überhaupt bei dingen da musstest du die externen illegal in den dingen sonst dafür gebannt werden was denn ich dachte ich dachte für den verblenden modus wer spielt die mit schalter war schon wieder wer lj locker du spiel mit msr der spiel mit l 118 doch ja mit schade sicher spiel ich bin so schlecht wie kann man so behindert sein wie kann er mich töten wenn er mit dir verheiratet ich weiß die ganze seite die ganze zeit ich habe sogar den todescamp gesehen dass er hinter dir war er schaut sich jetzt hinter dir und er er checkt mich gar nicht hey kari wo bist du? am Hauptbahnhof an den stairs ich habe geschossen ja lj war da du dreckiger pisser du dreckiger pisser ganz ehrlich ich wusste wo der taktik einstieg war ich wollte nur weg ich wollte nur weg ich wollte nur weg was? der jumpshot ich verstehe dass wir die gleichen boost gemacht haben nein alter das steht an links dann steht karim rechts richtig? naja fuck so kann man das schon annehmen ja wo seid ihr? Bahnhof Aaaaaaah wie trifft er mich da in der Luft das war der falsche Karim da ach komm ich war doch hinter der Ecke ja komm alter ja guten tag karim kommt da unten oder oben taktik einstieg von oben taktik einstieg von oben taktik einstieg von oben am kapitän dieser wurzung oh verdammt da kriegst du euch mal den sahen gegen händler oh man dann steht der nächste interview Ich hab doch gerade extra, extra viel laut Ich hab die Luftstecke gemacht, ihr müsst doch wissen wo ich bin oder? Ich hab nicht auf die Web geguckt Ich hab die R5 G9 aufs gepackt Wo bist du denn Karin? Tod Jo Tod Wo ist LJ? Keine Ahnung Hast du eigentlich die FMG9 als Akimbo dabei? Ja Ach du Scheiße Wer kämpft da? Ach komm Er ist wieder in der Bus gespawnt Spaw nie in der Bus Ach komm Alter Ja Ich wechs auf die L-Line 180A Ja Gefällt die So Ist auch ganz geil Ist ja halt echt so Verdammt Ich wusste wo du warst aber Ja ich wusste auch wo ich war Verdammt ich wollte gerade meinen Taktikerstieg setzen Oh Mann LJ ich hab dich gehört LJ Okay FMG9 willst du hören? Hab ich gehört? Oh was? Ja Was? Der war sick Oh er ist mal weg denn Mal weg Was denn? Was denn? Oh fuck Ja du ne? Oh Scheiße LJ Ja du ne? Aber ich find's immer lustig wie wir das Spielfeld die ganze Zeit verschieben Das ist echt so Oder wir können uns mal auf einen Hotspot einigen Dann werden wir noch da rauskommen wo wir am Anfang angefangen haben Boah ich traf Karim nicht Nee Karim ist wieder underground Und LJ ist hinter mir Oh fuck Scheiße Wie? Da ist keiner hier NEIN Du Wixxer Aber ich dich dabei getötet hab Ach komm Lenno Du hast da einen Besserkeerstieg platziert Ne hab ich nicht Alter warum war das schon wieder kein Collateral man wir spielen Half-Life Oh Gott alter Lenno lass mich doch einmal nach vorne kommen Hallo hallo hört man mich? Ne überhaupt nicht Ich hab mich gerade aus für sie gemutet Ne Ich hab mich gerade aus für sie gemutet Oh verdammt Oh verdammt Was? 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 Du hattest da einen Taktik einstieg? Ja Lol Nein Nein Ich hatte von nichts mitgekriegt Zwei Leute die ich verkackt hab Was? Was? Never Entschuldigung für den Bane Wie oft will ich noch missen? Oft So lange bis du triffst Was? 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 Ich hab's getötet Sickes Brett Sickes Brett Sickes Brett Sickes Brett Wir haben ein geiles Teil Der war porno Der war porno Der war rasiert gegen den Strich 奇weise Mit mArschfick Oh, ich hab keine Milizierung mehr! Wo seid ihr? Ich bin auf der anderen Seite der Map War keine Taktik-Hitschie gesetzt? Nee, ging ja nicht. AJ hat mich zu oft mit getötet Das tut mir jetzt leid für dich Wo ist AJ? Verdammt! Das kannst du nicht Du auch nicht Du hast doch gesehen Dich hab ich getötet, AJ hat daneben geschossen Wo ist AJ, Mann? Ich seh den nicht mehr Verdammt Oh nein, schön Oh Das war ein scheiß Shitmarker, Junge Oh verdammt, du miss Du misset? Ja Was? Oh Oh, bekomm ich so viele Hitmarker Was? Taktik-Einstieg oder was? Taktik-Einstieg oder was? Ja Oh mein Gott, Alter Auf jeden Fall, Leute, danke fürs Zuschauen Ich hoffe, euch hat ein paar gefallen Der Fablet-Bodus war jetzt mal aus Der Fablet-Bodus war aus jetzt bei AJ Okay Du konntest ja auch besser sehen Ja, man Auf jeden Fall, Leute Freue mich auf das nächste Video Haut rein, ciao Auf jeden Fall,acher Antes Of jeden Fall, aber Dettel